So, jetzt willkommen zu eurer weiteren Runde! Halt um meine Fresse jetzt! Eieieieiei Das ist das beste Format auf deinem Channel Jetzt willkommen zu Troll the Meta, was soll ich kaufen? Schnell, Deutsch des Zauberdiebs? Äh, Spell Thieves Edge Wie heißt das auf deutsch? Das ist Zauberdieb Geil! Hasht Richtig Hest Zauber, Thief heißt Dieb Ey warum? Zauber Dieb Ja ist ja gut, ist ja gut Wie mach ich das denn jetzt hier? so Leute, Troll the Meta, das heißt wir spielen Rollen, die nicht so geplant sind zu spielen. Zum Beispiel Twitch-Jungle Yo AP Twitch bitte mit dabei ist der ja sehr gut ja dabei ist der johnny der romatra der kutscher und kevin kevin du spielst lolo ich hab tatsächlich den neuen rice noch nicht gespielt jetzt kommen bestimmt wieder so richtig geile kommentare lol das ist dein job ja auf jeden fall ich gehöre irgendwas und baller raus hier macht drauf die hätten wir klären können romatra wenn wir uns sehen sei doch ruhig matra spielst du mal mit maxim ne das ist ganz schön scheiße ja maxim das muss aber gerne er lässt ja auch sein streamer voran das war das geilste da geht der q durch minions durch ich war ja immer nur david dabei oder marcel belastet heißt ich bin auch mal dabei ja aber du bist ja ein richtiger schnucki weißt du auch die hase ja danke das kumpeliment kann ich einfach nur zurückgeben passiv ist auch jetzt drei sekunden erhöht die wir sind aber nicht so rein hier wie manchen die rotation ich dann wie früher kube 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 ja ist echt so dass wir ja solche mal kation ihr ja man macht kurz bis siemens dann kann ich mal wieder Oh ne, das Wave ist zu groß. Wo ist denn da hin? Oh, geht dann weg. Ah, nein! Das war scheiße, ja. Ich hab leider auf ihn. Eieiei, der macht Schaden. Eieiei, das passiert schonmal, dass man bei mir den Angriff. Oh, oh. Das war alles im Griff. Fast im Griff. Sogar die, dessen Arbeit das ist. Kevin, beweg dich doch mal! Der Armin Johnny stirbt da. Siehst du diese Wave? Alter. Oh, lol! Oh, lol! Er sieht mich nicht! Weggesäbelt, Alter. Da hat der Pinkwort die räudige Ma... Ähm, der nette Hekarin. Der nette Hekarin. Wo hast denn du gebadet, Alter? So, komm! Hab ich! Kaste! Und... NEIN! Die hat an! Die hat an! Die hat einfach an gehabt! Die hat da an! Er meint Hex. Ach so! Ja, für die, die... ne? Behinderter, ne? Ja, oder Spastis. Oder beides. Da ist halt der Double Bar. Darf er das? Kein Problem, Kevin, ne? Danke, danke! Sponsored! Danke nochmal für Sale, ne? Oha! Laneswap, Kevin! Laneswap, Scheiß! Mach mal auf die... auf die hier! Kein Gegner für mich, wie der Weg ist. Alter, du willst ihn fighten? Lauf bei dir! Die Rats ist auf dem Weg, Kevin! Machst du nur für eine Scheiß! Hier, ich! Ja, 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 ja! Ja, hier, komm! Ich glaub, die... Ja, ist halt nicht so gut. Oh, okay! Ja, die Zentakel machen mal den Schaden! Jo! Gerade auf AP! Ja, genau! AP! Oha! Wie? Was denn? Ja, was, was denn? Ich geh... Ich geh... Äh... Hybrid Eloi! LOL! Du hast gesagt, du spielst AP! Echt mal, du Lügner! Das Troll-The-Meter, du Affe! Sofort verkaufen! Backport! Yes! Okay! Das ist halt der Freiter! Da kommen Minions, du Affe! Oh, kann ich nicht Backporten! Tut mir leid! Junge, verkauf die Scheiße! Okay! Ich spiel... Ah! Ich spiel Attack-Speed Eloi! Alles geht Eloi! Ja, ich... Das wird ne Sanity, oder? Ne, das wird... Leid, Junge! Was denn sonst? Alter Junge! Ihr habt eine tolle Meter! Realty ist viel zu Meter auf ihr! Deine Mutter ist ein Meter! Seit gestern! Meter 50! Im Quadrat! Jetzt! Alter, die ist tot! Jo! Ciao, Kakao! Das ist halt ne geile Lane! TF und Ryze! Ja, danke, danke, danke! Nicht mal Ulti gebrauchen! Alter, Käfig! Alter, entdeckst du, wie rasst du richtig aus, ey! Ich glaube, das spiele ich echt so! Ja! Ja, ja, ja! Jetzt! Alter, wie wir die wegrasieren! Das ist ja der Shit! Beautiful! Beautiful! Ja, ich singe hier noch ein bisschen! Der Zentralrat der Juden ist empört! Alter, du mit dem Zentralrat! Das ist ja offensive, finde ich irgendwie! Ja! Dachte das! Hey! Der Moslims, der fühlt sich hier irgendwie ein bisschen diskriminiert! Ja, dann kommen jetzt die Christen noch! Ja! Level 7 gegen Level 4! Du bist aber auch ein Mobber, ne? Das ist halt... Das ist grad die... Snowball ist so hart, ey! Hopplan ist wirklich stupid! Jetzt! Hammer! Oh no! Good job! Komm! Komm! Du dumme Sau! Nein! Ich hab range... Fuck! Ich hab irgendwie... Ich bin auch... Ey, 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 ey! Ja, ist okay! Ist okay! War ganz gut locker jetzt hier, ne? Oh! Was denn da los? Bist du scheiße? Ein bisschen! Ein bisschen! Ich dufte ein bisschen da kacken! Och, du stinker, du! Du kannst halt doch echt nichts gegen Leute machen auf dem Motlin cheaten! Auf der Top schon! Ja, ohne Witz war halt immer der Fiss! Wir stammen die halt komplett weg! Ja, war bei mir genau das gleiche! Ja, Johnny! Bei mir auch, hallo! Mach mal Druck auf der Lane! Mach mal Druck auf der Lane! Damit war ich nicht kacki! Komm jetzt rein! Okay, bin auf dem Weg! Alles klar! Alter, 84 Base 80? Wird Zeit für den Schienen! Verkauf erst mal die Longsholz! Hast du nicht letztens irgendwie beim Troy the Meter Arctic Carry 2 TF gespielt? Mach das immer! Ne, das war nicht Troy the Meter! Das war... Doch! Das war Troy the Meter! Buh! Langweilig! Ja, guck! Wir wollen ja auch rein spielen! Ja, guck! Hier, hier! Mach die einfach kaputt! Rein! Knall die weg! Oh, oh, oh! Ich hab's... Ich hab's... Ist wild! Warte, warte, warte! Wieso ist meine... Ah, ist natürlich der beste... Bam! Da kommt so'n Fisch, ne? So wie so'n Fischstübchen. Echt? Oh ja, ja, ja! Ich nehm' Pot! Wollen wir ran? Ich hab' gleich Cage! Alter, Smoker du! Geh' rein! Rein, 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 rein! Beautiful! Scheiße! Wo war die Stunk-Card? Da ist sie doch! Guck! Da ist sie! Ah, ich bin nicht weggekommen! Ja, hättest du echt, du Fotze! Brich du... Ich wollte abbrengen! Ich hab kurz kurz geguckt und ich dachte, das wäre Roscoe! Alter! Wer? Roscoe! Roscoe! Ich zählte nicht so leicht! Äh, Dalmer, ne? Nee! Dalmer! 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 Mit zweieinhalb Balken! Dalmer, ne? Kevin, Kevin! Ja? Der war gesloot! W oder E als zweites Maxen? W... 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 Zwei mal das U... Zwei mal das U... Stun! Stun! Was? Guckt euch mal den Wilkos an! Was war das denn? Oh mann, ich hab' beides nicht gesehen! Ich hab' so richtig schnell hin und her geschaltet! Kacke, ey! Nimm noch mehr auf! Ja, ich! Ja, Kevin, ey! Toplane, ey! Tot! Reb! 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 Jetzt können wir botle ihn richtig zerspüchen! Joa, kauf dir Harry Kane bitte! Ich? Joa! Ja, klar! Soll ich mir Rapid Fire holen? Ich reg' nicht mit dir! Okay, ich aber mit dir! Richtig böse! Ich reg' nicht mit dir! Was macht meine Ulti, so wie früher? Ab... Ne? Ja! Oh, da kommt was! Du bist Diamond? Moin! Ja! Halbe Leben, die Alte! Max, nächstes Season Master, ne? Jo! Hahaha! Ich hab' die schon runtergepumpt! Das wär' echt lustig! Das wär' halt übertrieben lustig! Und jetzt die machte noch als Challenger! Brechung kost' ich ab! Nur noch LoL! Jeden Tag! Stream' auch den ganzen Tag! Komm, wollen wir? Wollen wir? Wollen wir? Ha! Wollen wir? Ich mein' Johnny, bei der läuft aber nicht! Also nicht in die Runde! Ey Johnny ist auf jeden Fall... Muss hier gecarried werden! Aber wir pumpen ja auch die Lane komplett weg! Ich ward' auch nicht, ne? Soll ich mal warden? Max, das ist normal jetzt zu warden! Nicht zu warden! Alter! Oh! Alter! Dieser Fisch! Jetzt auf Tower einfach! Komm, wir machen einfach den Tower weg! Der will dich, der Fisch oder was? Ich will aber nicht wieder gefisst werden! Ja, 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 ja! Gefisst werden! Alter, der Willkos guckt ihn euch an! Ist das Anzeige gepackt? Was ist denn mit ihm? Bist du behindert? Der stirbt seine Tentakeet immer so raus! Boah, eh! Alter! Oh, eh! Ich bin ja auf dem Weg, ne? Aber... Ja, der Willkos ist auch auf dem Weg, by the way! Wollen wir das machen? Fisch ist top, ja! Wir können ja recht reinpushen! Alter, komm, komm, komm! Jetzt! 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 Ich muss mich kurz zurück! Ja, was hatten die aber auch für eine Disengaged-kombo... Äh, äh, äh... Jetzt wieder! Alter, Kutscher! Ich muss mich konzentrieren! Sag mir, dass du einfachen fängst, Mann... Der hier rein? Ja. Erstmaus höre Das hab ich noch nie gesagt. Jo, ich bist ja auch scheiße Junge. Und ihr verreckt! Alter. Ja, Entschuldigung. Nice. Easy. Scheiß Hesse. Guck mal, der deckt jetzt sicher, ne? Was? Oh, was meins? Jeder zweite ist Hesse. Ich seh auch aus wie so'n Spasti, ey. Eigentlich darf ich gar nichts sagen. Mach Facebook lieber aus, ey. Gib mir Klicks. Morumata, hau doch einfach mal von meiner Lane ab. Das hab ich den letzten Mal versucht beizubringen. Guck mal, jetzt verreckt der an der Ulze. Oh, lol. Er fädet einfach rein. Jedes Mal das Gleiche. Mal ein bisschen help vom Midlaner. Jo, genau. Nächstes Mal teleporte ich mich. Ach, andersrum. Jaja, jetzt ist's doch gut. Nee, ich hab keine Lust mehr. Ja, ich doch auch nicht. Alter, ich bin top. Auch. Ach so, top lane, gut. Ich will den Fisk. Warum ist der eigentlich rot, Alter? Hat der so'n Chroma? Komm drauf. Komm ran her. Komm ran her. Komm ran her, Alter. Der Fisch. Alter, get outplayed. Get outplayed, Kunscher. Wir können so auch noch outplayed werden. Outplayed. Ich komme. Max, KT. Das ist mein Name. Einfach nur überrollt. Wie bei Runner. Genau. Ja, genau. Die Ulti. Die Ulti. Scheiß Schlaumeier, ey. Wie, du hast keine Ahnung. Ist der nicht? Nee, ne? Nicht mehr. Top lane? Gar nicht mehr, ne? War noch nie so meiner. Festhalte-Dauer. War noch nie so meiner. Warum krieg ich nicht den Blue? Kannst du mir erst mal erklären, Johnny? Ich bin ne Ratte. Ja. Sagt er sich alles? Alter, guck mal der Weltkoss. Das heißt, du bist scheiße hässlich. Der hat voll den Bug, ey. 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 Ran! Alter, die sind einfach exont. Die ist der Stunt nicht gegen den Turm? Der gemacht hat voll laut einfach nicht. Ich würd einfach reporten. Mach mal Goldkarte. Ich bin aufm Weg, ne? Ich bin aufm Weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Der P-Twitch-Carry kommt. Okay. Ich will jetzt aber auch Einsatz zählen, ne? Dann wird's geil. Ja, klar. Alter, meine Tastatur schwimmt. Hä? Watt? In deinem Schweiß, oder wat? Ja. Alter! Yo! Kommt ihr aus dem Busch schon wieder in den Kackaal, alter! Dreckswilz! Fick dich! Knall die alle! Was hast du echt für Items? Knall die alle. Knall die alle. Ge? 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 Na, ist ja frohe Weihnacht hier übrigens, um meine Brille zu rechtfertigen. Ich hab auch ne andere. Äh... Oh, fuck. Nächstes Video. Oh Gott! Ich kann es nicht erwarten, Kevin mit Hurrican zu sehen, ey. Das wird richtig abgehen, ey. Du musst auch Rapid-Fire holen, Kevin, ne? Ja, ja. Rapid-Fire, Hurrican... Aber schön Rage-Blade zwischendurch gönnen! Attack-Speed, Alter. Ja, Full-Meter! Ja, okay. Ja, ist okay. Mach das... Mach das auf Fer... Mach das auf Fer... Ihhh, Alter. Siehst du das? Ja, ja, das macht auch Fernekampf. Das ist richtig geil. Echt? Das macht auch Aoi-Echan auf Fernekampf. Ah, das weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Doch, doch, doch. Bei Twisted Fate auch. Stimmt. Machst du den Ginsu? Ja. Ja, aber da stack's nur... Ach, mal den Sammel-Kutscher. Was? Hast keine Ahnung. Der Mama hat keine Ahnung von Klitz und Backen, Junge. Die schmeckt nämlich scheiße. Ohhhh... Get re... Oh, er knallt die noch. Ja, das war der Falsche. Man denkt immer, oh man, ich hab den gleich schon an. Kann ich den machen? Ne, ne? Ja. Wenn ich den mit Geis mit meiner Ulti-Treffe zählt der auch, und kommt doch da den Tentakel. Der hat, glaub ich, keine Ultimate, aber der gibt der... Oh, jetzt gib ich ihm ein Kombo! Gib'n ein Kombo, Junge. Alter, das läuft bei dir! Mach's! Gib'n einen Kombo, ohch, mach's! Oooooool da Ka- Ey, John, ich brauche Hilfe, da kommt der Welich Komm, 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 komm! Da kommt der Welich! Ich komme! Okay, die Scheiße. Hilen wir alle. Ja, 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 ja. Hol'n wir alle, hol'n wir. Trippi, 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 trippi. It's a trippi! Go! Lauf weg! Nein, ich sterbe! Ich bin doch gar nicht deinem Maul! Machst du gar keinen Stand! Johnny, wenn du jetzt stirbst, D-Abo, D-Abo! Alter, grad noch gerettet. Soulstealer, Alter. Ja, du hör mal, ne? Ja, ist okay. Muss man? Ah, wie das aussieht. Ich komm am Mittag. Weißt du, ich habe kein Support-Item. Das heißt, ich bin Supporter. Auch wenn ich Aloray... Fuck mal, Leute! Kutscha! Weißt du, ich werd' die ganze Zeit alleine gelassen hier! Ja, ich bin schon auf dem Weg. Hast du grad'n Minion getreten? Ich, ich hau' dir die ganze Zeit und tritt' den in die Fresse! Wie dir, da! Zack, der Crit! Nochmal, ja! Jo, drei hintereinander! Nochmal nachtreten! Jo, wie wenn du auf dem Boden liegst, Alter. Geil, wie im Club. Jo. So, wann hast du Hurricane, Mann? Die geben doch auf davon! Hurricane, Mann! Dazu, Kevin! K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Ja, der Blue Wolf ist rechtfertig. Schön, Max! Äh? Ach, ich kann das nicht? Doch! Aber jetzt, jetzt ist ja so gemarkiert. Wuhuhuhu! Und da gehöre die Tentakel! Geilen Störche, ey! Komm mal zu mir, komm mal zu... Jo, 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 jo! Alla! Das sah eigentlich gut aus, aber wir haben sie halt geassraved. Ne? Ne? Nehmen wir doch so, oder? Das hast du nicht gedacht! Ich kann's nicht bringen! Wir gehen erst, wenn der Tower down ist! Alles klar! Oder wenn ich das sage! Okay, Drache! Wir wollen heute gewinnen! Troy the Meter, Jungs! Warte, ich geh mein Bestes! Ja, seh ich! Alter, jetzt... Oh! 0-4! Sonst gibt's gleich... Sonst gibt's gleich... Sonst gibt's gleich Alt-M4! Ich warte jetzt so lang, bis du dich bei mir entschuldigst! Oha! Wir gewinnen uns auf 4 gegen 5! Ja? Wollen wir's probieren? Ja! Das geben wir nur auf 4 gegen 5! Pickt euch! Felix ist ab... Hurricane... Abfad! Wir müssen jetzt halt anfangen Craigs zu machen, dann geben wir uns auf 4 gegen 5! Alles klar! Ich auch! Gut scheiß, tut mir leid! Geil! Direkt! Timing, Junge! Ich hab auch gar nicht schon vorher connected! Ja, ich weiß! Weil... Auf... Auf den Punkt! Alter, du kannst aber mit dem Pushen wie mit Judas, ey! Mit Judas? Was ist das für den Vergleich? Der hat auch gepusht! Der hat gepusht, aber nicht gepusht! Mit Judas? Mit Judas? Richtig misstrauisch! Das stimmt nicht! Haltet mich her! Ja! Wie, 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 Drake? Wo ist denn unser Jungler? Wie, die haben Drake? Ne, hä? Was ist das jetzt? Was ist das für T-Ult? Was ist das für T-Ult? Die ist allein drauf da! Mach die! Oh, diese T-Ult! Ich wollte doch abbrechen! Junge! Knall doch hier die Jenna mit dir! Ja! Ah! 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 Weg! Ah! Wieso hast du ihn bekommen? Weil ich ihn Giften habe! Ey! Giften habe! Stop it! Ah! 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 Die Rasse ist tot! Ah! Ich habe Blubach! Den Knall ihn! Knall ihn! Alter, dodge einfach alles! What the fuck! Er streckt dir das alles! Head of Blood! Oh! Komm, jetzt will ich ihn aber auch! Oh Gott! Oh Gott! Head of Blood! Mach es nicht! Head of Blood! Ja! Gefickt den Bengel! Und der Typ ist David? Eklige, eklige Scheiß-Tentakeln! Ah! Ah! Jo! Weggemacht den Jungen! Ich wusste halt, er hat's raus! Deswegen habe ich ihn gebankt! Was ist denn das? Auge der Wächter? Was ist denn das? Ich bin ne Scheiße! Irgendwie ist mein Bild nicht geil! Das macht keinen Scharen! Der Bild ist nicht geil! Oh! Entschuldigung! Das kommt die komplette Tastatur vor! Das hat sich schon angehört! Als ob man einfach die ganze Hand voll ist! Er ist schuld! Jo ist er auch! Kinder! Nazi! Jo! Kinder Schokolade! Komm weiter pushen hier! Ich push dich gleich! Alle Deutschen sind immer im Ausland Nazis! Ist doch klar! Ja klar! Alter, der ganze Boden ist voller Rotzels! So, ich knall jetzt der, der mir... Ich will nicht sterben! Nö! Ich möchte der Max Knall noch mal bitte kurz reden! Ist klar! Geht an! Okay! Ich bin tot! Da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz am Start, aber ich komme! Der ist geflasht! Ja, das war dumm von mir! Nein, nein, nein! Doch! Du hast mich denken! Da war ich übermütig! Nein, machst du nicht! Komm mit Knall! Du hast ja... du hast... du hast... du hast... du hast Hurricane! Geil, jetzt geht's ab! Kevin hat Ulti! Mach doch Ulti, Kevin! Ich hab Ulti nur für mich! Nur für mich, ja seh ich! Leider, wir haben kein Tank! Man kann Trollen im Winter nicht gewinnen! Nein, Mann! Wir müssen es gewinnen! Ohne Witz! Okay, warte! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Ab jetzt! Heil! Er schreibt Heil! Wir brauchen einen richten Shotcaller! Wir dürfen nicht Teamfighten! Wir dürfen nicht Teamfighten! Ja, doch! Ich glaub schon, wenn wir's auseinanderziehen! Nee! Einfach nein! Wir haben kein... Wir haben kein... Stopp! Wir ziehen den Teamfighten so weit auseinander, dass wir alles splitpushen! Ich war ja sofort tot! Wer fang Nutz los? Hey! Wer bin ich? Fand ich jetzt nicht angebracht! Warum? Ich bring gar nichts, Alter! Du hast doch Fire Cannon! Ja! Die Grüner in der Champ Select noch! Doch, Mann! Das wird geil! Und dann will er heimlich AD kaufen, der Schlinge! Willst du die Botlane wave oder den Red Buff? Äh, Botlane! Ich will den Red Buff! Aha! Okay, dann brauchen wir jetzt einen Schlachtplan! Gott! Ich splitpushe und... Wir müssen Kevin splitpushen lassen, der ist fett! Ja, das stimmt! Dann hol ich mir die Oberauf! Und der ist auch auf Ingame ganz schön gefeedet! Dann auch! Äh... Beides! Kann ich gemacht haben! Warum hat jetzt keiner von der 2D-Potlane genommen? Na, ist gut! Gute Frage! Äh, echt? Also, er Splitpush-Botlane! Okay! Jetzt wird ich hier Toplane splitpushen! Nee, dann splitpush ich in der Mitte! Sehr gut! So, der hat kaschiert, der johle! Mal gucken, wann ich es erst mal sterbe! Mal gucken, wann ich es erst mal sterbe! Mal gucken, wann ich es erst mal sterbe! Ich muss... Ich hab's dort überall da hin, wo fisslich ist! Weil der ist ein Zugegekommen hier! Wir machen die jetzt einfach psychologisch richtig kaputt! Oh, der hat einer Toplag! Aber der hat keine Chance gegen mich! Mach's ein bisschen mein Backup, ne? Ach, die können nicht zwingen! Naja, das war jetzt! Oh, oh! Ich bin auf dem Weg zu euch! Alter, Romatra! Was? Hat er so? Kevin wegs? Kevin! Kommt der Ult raus? Der hat, der hat, der hat, der hat! Wir müssen Mitte! Kommen wir zum Ja? Ja, ja, ja! Junge, du brauchst Map-Awareness in der ACS! Das ist ja auch nicht in der EU! Nee! Das war jetzt, das war jetzt bitte! Was sollen wir zu Tieren? Nee, nee, wir sind in die Mitte! Die sind voll, voll verplanet! Aber wir können auch über zu Kevin jetzt rennen! Kevin ist doch nicht tot! Ja, Kevin ist doch nicht tot! Ja, Kevin ist doch nicht tot! Oh, die Wade, ich reiste jetzt ein paar schneller! Er hat mich erst doch... Wer ist tot hier? Leute! Der knallt! Ich hab, ich hab, ich hab wie auch was beweist! Ich hab gleich flash! Ich hab gleich flash! Ja! Jetzt bin ich mit dir, du Funde! Gedankt die Schlampe, Alter! Gezug in deinen Dreckspuff! Und da kommt Johnny angeflitzt und ich war hehehehe! Na, die Sachen passen! Komm, ich bin einfach straight up! Straight up! Straight up! Kommt ne, Alter! Äh, es ist straight up! Kommt ne, Alter! Ey, es ist straight up! Kommt rein! Uuuuuh! Doppel-safe! Leute, das hat jetzt... Sterbt einfach dafür! Halt's voll! Wir nehmen den einfach! Wir nehmen den doch vorne ab, Alter! Ab nach Malle! Jo, Malle! Malle! Abfahrt! Äh, 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 äh! Was war das denn? Ab in den Süden! Was war das denn? Ab in den Süden! Du sollst Spaß nicht! Äh, 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 äh! Hä? Was ist denn das denn jetzt? Das tun Spaß nicht! Ja, aber warum? Ja, weil du so komische Geräusche machst! Loll! Loll! Äh, 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 äh! Oh Quart! Ähm... Bockwurz! Durch den nicht! Bockwurst! Ja! Ich hab das Gefühl, die suchen mich! Ich hab bis 40% CDA, jetzt geht's los! Ich baue den, Alter, Rumbatrap! Was kannst du eigentlich? Ohne Witz! Ich hab dir gesagt, als du ihn eingeladen hast, wenn du gewinnen willst, lass es! Jedes Mal der gleiche Scheiß! Ja, steht einfach 1,6! Mit deinem Dreck! Steht einfach 1,6! Drache! Der Typ ist einfach nur gestorben! Zusammenhalt und Drache! Nur gestorben! Warum hast du nur 4 Stacks, Johnny? Äh, äh! Gestorben ist er einmal! Was?! Du bist doch 10! Hätte doch schon einiges! Naja, ich war schon mal besser dran! Ach, der hört auf, nicht bei WhatsApp zu schreiben, Mann! Okay, wir trappen! Wir trappen! Hier ist ein Trickwort, ne? Pinkwords werden gejagt, ne? Die sind echt, äh... Wir trappen, Leute! Wir trappen! Wir trappen! Wir trappen! Nee, wir pushen einfach rein! Wir trappen! Wir trappen! Wir trappen! Wir trappen! Ja, 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 ja! Komma, die gehen hier lang! Oh, jetzt geht's nicht! Ich hab die gerade mitte gebetet! Drauf, drauf, drauf! Auf die Welt! Nein, 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 nein! Okay, nicht, 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 nicht! Ah! Wir haben den Tower! Achtung, Achtung, Rumatra! Oh, gib ihn! Jetzt ab geht's! Jetzt bot pushen! Komm! Unser Game! Oh! Drauf auf ihn! Dann fick ihn doch! Diesmal hab ich nicht gesagt! Mach was drauf! Dann fick ihn doch, sagt er! Dann fick ihn doch! Gib mir! Drauf! Nicht weg! Nicht weg! Nicht weg, ihr Lappen! Könnt ihr irgendwas?! Alter, ihr kleinen Schwänze! Wurdet ihr schon mal richtig in den Arsch gefickt?! Nee! Was ist denn das? Ich auch nicht! Aber! Bleibt mal drauf auf die Vein! Meine Fresse! Nee, 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 du! Du! Umatra farmt einfach Jungle derweil! Ich hab... Nee, das seh ich jetzt nicht an! Du kleiner Vollidiot! Guck mal! Jetzt pass mal auf! Zack, jetzt dann! Können wir das mal abstauben! Nee, jetzt pushen wir auch rein da, Toplen! Rainer! Rainer! Wann, alter Rainer Keilmund, du geile Sau! Wat? Am Kreis war mega der Teamfight! Alle schreien rum und Johnny voll hysterisch! Dann ficke ihn doch! Ich war dabei, ne? Jo! Da sind wir dabei! Das ist prima! 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 Ist gerade Karneval, oder? Nee! Doch! Ach du Kacke! Ich wollte den wegsmiten, ne? Wird jetzt einfach weg. Alter Rumatra, wann hörst du endlich auf? Hör doch mal auf! Hör doch einfach auf! Ich carry den durch die ganze Lane! Okay! So, warte die Knallmeld! Warte mal! 1-7 inzwischen! Hallo, ich bin's! Alter! Der Rainer Keilmund! Komm, rauf da, rauf da, rauf da! Wo seid ihr denn? Und jetzt? Hinterher! Jetzt spawnen überall Tintakel hinter ihr! Okay! Guck hier! Zack! Ja! 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 Guter Dodge! Ja! Dieser Lane! Oh Gott, ich sterbe glaube ich! Kann ich nichts machen! Kann ich nichts machen! Kann ich nichts slown! Ich hab ihn geslown, ja! Auf die Wellen? Ja, ich bin dabei! Aber gut hinbekommen! Alles unter Kontrolle! Killing! Noch vor Autotag die anderen! Nein! Ah, weh war grad ab... Holy Shit! Hast du... Kevin, mach alle weg! Nice! Nice! Wir gewinnen das, wir gewinnen das! Alter, Rapid Fire auf dem du bist broken! Alter, da knallt er jetzt! Zack, zack! Zack, zack! Zack, zack! Ich hab wohl... Dann knallt! Zack, zack! Oh noooil! Noooil! Hast du es gerade ferschen? Ja! NICHT! 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 Wie NICHT! Ich will! Klau! Alter, hab ich abge... Dann fick ihn doch! Dann fick ihn doch! Dann fick ihn doch! Wie geil! Warte, den Vayne! Die Vayne holst du dir noch! Oh mein Gott! Die holst du dir ganz easy! Der Angst... LOL! Warte, jetzt... 15 Sekunden der Vayne kostet, die holst du auch noch! Alles klar! Ich mach den Last Hit auf dem Nexus! Okay! Scheiße, das wird zu eng, ey! Das wird knapp! Eng lebst du doch so sehr gut schon! Geil, Alter! Dein Popo! In dem Sinne! Und in dem Sinne, ne? Das war ne weine Runde Troll the Meter! Wieder mal gewonnen! Äh... Schaut doch bei den anderen vorbei! See ya, Snitches!